Das bin ich mit meinen beiden Pferde-Omas. Wir beantworten hier Fragen, die uns häufig gestellt werden und sagen unsere Meinung zu Themen der Zeit. Heute geht es darum. Warum wirken eure Pferde total gechillt, obwohl sie ja nicht echt spielen, sondern im Training sind? Wie schafft ihr das? Die Antwort heißt beugen, beugen, beugen. Mit dieser Übung machen wir die Pferde schon von Anfang an körperlich und seelisch rund. Hier sieht man, wie das geschieht. Kauen, fressen, sich wohlfühlen, Beziehung aufbauen, Rücken wölben, Gewicht nach hinten verlagern, lauter wichtige Bausteine für das Training. Das ist für mich die wichtigste aller Vorübungen, denn der Rücken ist die mentale und körperliche Schaltzentrale. Die komplette Übung sieht so aus. Und da steckt mehr dahinter, als man auf die Schnelle so denkt. Doch keine Sorge, für die einzelnen Übungselemente habe ich für euch ein Rezeptbuch geschrieben. Aber mit meinem geht das nicht. Der schnappt! Speziell für das Problem habe ich eine Übung im Karton. Wir packen sie aus, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht könnte mein Weg auch eurer sein. Geht mal stöbern! 5 6 5 6 7 7 8 8 8 9 8 9 11 10 10 Vielen Dank.